Heute in der 70. Folge von Über Tage wollen wir uns mal genauer angucken, wie eigentlich deutsche Medien mit dem Ukraine-Krieg so umgehen. Wir haben uns heute nochmal für das Format Reaction-Video entschieden, weil das einfach, denke ich, sehr gut dazu passt. Und auch einfach, weil wir nach dem letzten Mal, wo es so mittelmäßig gut lief, einfach nochmal nachliefern wollten und euch mal so ein richtig funktionales Reaction-Video geben wollten. Ja, wir werden uns heute zwei Videos zu dem Ganzen anschauen. Einmal ein Video von Frontal21 zur Gruppe Wagner und das andere von MrWissen2go im Auftrag von, ich glaube, ZDF heute zum Thema AfD und Die Linke und, ja, Russland-Freundschaft von den beiden Parteien. Für mich war es auch einfach immer ein Thema, was ich sehr, sehr spannend fand, weil ich eigentlich mit allen Kriegen, die vom Westen ausgingen und vor allem eben von Anfang an mit dem ganzen Ukraine-Konflikt die mediale Berichterstattung dazu mir angeschaut habe und ich finde es immer sehr spannend, wie dann doch unsere Medien, die sich immer mit Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und so rühmen, sich dann im Falle von solchen Konfliktsituationen imperialistischer Machtblöcke sehr stark auf eine Seite einschwören. Und ich finde, das zeigt auch nochmal gut, dass Meinungsfreiheit zwar sicherlich ein Gut ist, was man hochhalten sollte, dass es eine gute Sache ist und dass wir als AnarchistInnen das auch verteidigen sollten, dass Leute eben nicht für Pressearbeit in den Knast gesteckt werden oder weil man eine bestimmte Meinung sagt, dass aber trotzdem Meinungsfreiheit auf dem freien Markt des Kapitalismus eben auch einfach bedeutet, Meinungen des jeweiligen Staates und auch Meinungen derer, die mit dem meisten Kapital dort reingehen. Ja, und gerade deswegen fand ich es auch so spannend, sich das heute anzuschauen. Und hast du auch noch was zu sagen? Ich habe eigentlich nichts zu sagen. Ich glaube, du hast die Formulierung gewählt von Kriegen, die vom Westen angefangen wurden. Ich glaube, das könnte vielleicht für Verwirrung sorgen, weil ja der Krieg tatsächlich von Russland, also die eigentliche Kriegshandlung, begonnen wurde. Nur, dass ihr das jetzt nicht hier falsch versteht, dass wir das hier irgendwie so umdrehen wollen, das ist natürlich nicht der Fall. Obwohl, da vielleicht auch nochmal zu dem Ganzen von der Frage von Schuld, die immer gerne im Krieg geführt wird. Also, man sagt ja auch immer, der Krieg wird schon in den Friedenszeiten vorbereitet. Und ich finde es immer etwas schwierig, sich in Konflikten imperialistischer Staaten ein Schuldigens zu suchen oder generell in den Konflikten von Staaten. Ja, klar. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Video von Frontal21 zur Gruppe Wagner. Wir haben auch beide noch nicht gesehen, beide Videos. Oh ja. Wir haben nur so kurz die ersten zehn Sekunden reingeguckt, was das so grob in welche Richtung das geht. Und wir sind also auch völlig... ...unvoreingenommen, wenn man das so sagen kann. So, und das erste Video, mit dem wir starten, heißt die Söldner der Gruppe Wagner. Unser Ziel ist die westliche Welt von Frontal21, beziehungsweise heißt das jetzt Frontal? Das heißt irgendwie 21 ist weg. Oder wenn ich mir... Habe ich das einfach falsch eingespeichert? Naja, dann starten wir mal direkt rein. Sie gelten als geheime Krieger des Kremlins. Die Söldner der Gruppe Wagner. Seit 2014 Kämpfung geht dort, wo es Putin von Nutzen ist. Nachdem eine Stadt eingenommen wird, durchsuchen die Wagner-Leute alles, jedes letzte Haus. Und wenn du bei jemandem Waffen findest, kannst du ihn gleich eliminieren. Sie sind Putins Joker auf dem geopolitischen Schlachtfeld, stützen Regime, sichern Bodenschätze und führen einen Krieg gegen den Westen. In Afrika weicht der Westen bereits zurück und Russland gewinnt an Einfluss. Vielleicht, man sieht ja auch in den ersten paar Sequenzen, finde ich, sehr gut, dass Frontal, jetzt nur noch Frontal, nicht mehr Frontal21, irgendwie sich ein bisschen verändert hat. Also das fand ich erstmal so krass. Jetzt auch schon in den ersten 10 Sekunden, die wir schon gesehen hatten, auch zu sehen, dass es jetzt irgendwie so aufgeladen ist wie so eine Spiegel-Reportage oder so. Also ich glaube, früher waren die, glaube ich, nicht so reißerisch am Anfang. Kann mich auch irren, dass es das auch teilweise von Frontal21 dann auch schon mal gab. Aber jetzt ist es doch schon sehr krass aufgeladen. Und die Schlagworte am Anfang, dieses, ja, führen Krieg gegen den Westen. Also das war eigentlich so der zentrale Begriff, der bisher eigentlich so hervorstach. Also man sieht halt direkt, klar, eine Reportage muss nicht immer zwingend komplett neutral oder sonst irgendwas sein, aber kann auch eine Ausgangslage von einer politischen Meinung oder so haben. Aber hier ist schon eine sehr deutliche Vorprägung zu erkennen, wo man sich dann doch, ja, diese Angst schürt eben, dass der Russe halt den Westen irgendwie noch weiter angreift, ne? Ja, zwei Gedanken vielleicht direkt dazu, die ich immer wichtig finde. Also einmal ist, dass es auf jeden Fall so ist, dass es, glaube ich, zumindest in meiner Lebenszeit keinen Krieg gab, in dem die Öffentlichkeit natürlich und auch alle Medienhäuser so sehr eingeschworen waren auf die Kriegsposition auch Deutschlands dazu. Wie jetzt in dem Russland-Ukraine-Krieg, wo man ja wirklich sagen kann, also das wird ja auch immer von diesen Medienhäusern so formuliert, wir haben nicht damit gerechnet, das hat uns schockiert. Krieg in Europa, ausgelöst durch Russland und ich glaube, es gab keinen Krieg, in dem sich so sehr gemeinsam auf dieses Ziel eingeschworen wurde. Deswegen, auch wenn ich natürlich immer wieder schockiert bin von verschiedenen Sendungen, von verschiedenen Medien, die ich vor auch ganz gerne konsumiert habe, wie stark sie sich jetzt mit darauf einschwören, wundert es mich nicht. Und ich finde das Zweite, was natürlich auch wichtig ist bei diesem ganzen Sie führen jetzt Krieg gegen den Westen, ist, dass es natürlich stimmt, so gesehen. Im Endeffekt befindet sich ja Russland in einer Konfrontation mit dem Westen. Aber was da ja wichtig ist, ist, dass das natürlich der Öffentlichkeit vermittelt, die befinden sich jetzt in einem direkten Konflikt mit dir. Und der Russe möchte dir persönlich an die Wäsche. Und im Endeffekt ist es ja genau das Gleiche, was früher dann vielleicht jetzt unseren Großeltern erzählt wurde hier. Der Russe kommt und wenn der Russe kommt, dann macht er auch Rambazamba so und begeht Kriegsverbrechen. Dann kommt er richtig so. Ja. Schon mal ein starkes Intro. Wir sind keine Gangster, die losziehen und gegen geldarme Afrikaner umbringen. Sie interessieren uns nicht. Unser eigentliches Ziel sind die westliche Welt und ihre Ideologie. Omsk, Russland. Wir sind verabredet mit einem Mann, der Söldner für Putins Schattenarmee rekrutiert. Die Gruppe Wagner. Ein Nachtclub. Hier ist er für die Sicherheit zuständig. Ich lebe, ich arbeite, ich erziehe meine Kinder, ich habe meine Firma. Das ist der offizielle Teil meines Lebens. Der nicht offizielle. Ich reise durchs Land und um die ganze Welt. Regelmäßig fährt Vassili in den Donbass und kämpft an der Seite der Separatisten, erzählt er. Er behauptet, Söldner zu trainieren. Und etliche von ihnen für die Gruppe Wagner rekrutiert zu haben. Ich bekomme Nachrichten wie diese. Wir brauchen Mitarbeiter. Mindestgehalt 1800 Euro. Wichtig, gute körperliche Verfassung, ärztliches Attest und Reisepass für den Auslandseinsatz. Der Kandidat bringt dann alle Unterlagen mit. Wenn wir vermuten, dass er ein Journalist ist, unterziehen wir ihn einem Lügendetektortest. Ist alles in Ordnung, wird er eingestellt. Funktioniert das eigentlich mit diesen Lügendetektortests? Ich weiß das gar nicht. Ich bin sehr unsicher, oder? Ich weiß nicht, was die genaue Technik dahinter ist, aber tatsächlich kann man, ich glaube, es ist nicht so einfach, eben wirklich bei denen zu lügen, wenn man die Wahrheit sagen will, oder umgekehrt. Aber es ist, glaube ich, sehr einfach, die zu manipulieren, wenn man das einstudiert hat, dass keine genaue Antwort rauskommt. Also, dass du immer ein unklares Ergebnis erzeugst. Aber vielleicht auch nochmal zu sagen, 1800 Euro monatlich, da wissen wir natürlich jetzt nicht, ob das brutto oder netto ist und ich weiß auch nicht, wie hoch die Steuerabgaben in Russland sind, ist natürlich für den Soldatengehalt auch echt nicht gut. Nein. Also einmal ist es ja ganz interessant, weil wir jetzt ja das als erstes Beispiel auch hier haben, wir haben ja eine ausführlichere Reportage dazu auf Arte gesehen zu dem Thema auch schon von der Gruppe Wagner und der Zentralafrikanischen Republik. Die können wir euch auch gerne nochmal unter dem Video hier verlinken, die ist wirklich gut, die Reportage, oder interessant auf jeden Fall. Noch ein bisschen ausführlicher, die geht dann noch eine halbe Stunde. Und ja, was jetzt halt, was ich ganz interessant finde, ist halt dieses, wie das dann so aufgemacht wird, das ist eigentlich immer dieses Standardding, was jetzt sowohl bei der Krim war, als auch in der Betrachtung jetzt von der, den russischen Interventionen, zum Beispiel in Zentralafrika oder woanders. Ja, sie tragen keine Abzeichen, ihre Gesichter sind hinter Masten verborgen, das ist irgendwie immer so dieses Standardreportoir, so wie das dann so ominös aufgebaut wird. Also, ich meine, nicht, dass ihr uns hier falsch versteht, natürlich ist das generell alles dubios und die Gruppe Wagner sind halt die übelsten Hunde, aber es ist immer witzig, wie das dann so aufgebaut wird, als wäre das jetzt so irgendwas heute auch herausragend, herausragend für so Söldnertruppen. Ich meine, was sollen die halt machen? Ja, aber ich glaube, das ist auch wirklich, da hast du natürlich recht, aber es ist natürlich auch so, dass das ein Grundnarrativ und auch ein tatsächlich, würde ich sagen, Grundproblem ist, was eben der Westen mit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat, dass sich eben nicht an diese nach und nach aufgebauten Völkerrechtskonventionen oder generell rechtlichen Konventionen gehalten wird, wo man natürlich auch sagen muss, durch diese rechtlichen Konventionen, wie diese Kriege geführt zu werden haben, hat der Westen natürlich sich auch als Ordnungsmacht so ein bisschen in die Position von judikative, legislative, exekutive gebracht auf der Welt und natürlich auch diese Rechtsmittel so eingerichtet, dass es ihm für seine Kriege, beziehungsweise nicht für seine Kriege passt, weil diese Kriege werden ja wirklich nur noch als Ordnungsmittel angewandt, sondern dass man eben so gut diese wirtschaftliche Ausschlachtung und den freien Wettbewerb auf der Welt bestellen kann. Und da ist es natürlich so, wenn man dann sagt, eben hier das, was Russland da macht, irgendwie informelle Kriege führen über seine Schattenarmeen, über die Gruppe Wagner, über irgendwelche russischen Soldaten ohne Abzeichen etc., da schmeckt das natürlich dem Westen nicht, weil das dann eben ein Rechtsverstoß ist zu dem, wie er halt aufgeschrieben hat, wie dann Konflikte geführt werden sollen. Und deswegen glaube ich auch, wird das immer so hervorgehoben mit der Gruppe Wagner, mit diesen informellen Soldaten, weil das ist eben Krieg, das ist Konflikt, so wie es dem Westen nicht passt. Nach unseren Informationen sind um die 2000 russische Söldner im ganzen Land verteilt. Jean-Sersche Bokassa, ehemaliger Innenminister und Sohn des früheren Diktators, prangert diese de facto Besatzung an. Das ist übrigens, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber das ist ganz interessant, das kann man sich mal zu der zentralafrikanischen Diktatur durchlesen. Das war tatsächlich eine Neuetablierung von einem Kaiserreich. Also der damalige Diktator hat nach dem Vorbild von Napoleon sich eben mit einem ewig langen Titel und einer der teuersten Intronierungen, die es dazu der Zeit gab, in einem der ärmsten Länder der Welt halt nach dem Vorbild von dem napoleonischen Kaiser eben aufgebaut. Das finde ich sehr spannend. Also ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sein persönlicher Werdegang ist, aber wenn jetzt einmal dieser frühere Diktator einfach nur mit diesem einen Bild, was man immer über ihn findet, dargestellt wird und sein Sohn, der jetzt ehemaliger Innenminister ist, einfach so objektiv dann darüber berichten soll, was da schlecht läuft. Und er dann von Staatsterrorismus spricht, also wie ihr euch ja vielleicht denken könnt, war wirklich diese zentralafrikanische Diktatur nicht von Friede, Freude, Eierkuchen und Blümchenwiesen und blühenden Landschaften geprägt, sondern ich würde auch behaupten, man kann es unter Staatsterrorismus fassen und nebenbei, dass irgendwie Sicherheitsberater aus anderen Staaten, gerade in Ländern des globalen Südens, dann eben aus den industriellen und militärischen Zentren eingesetzt werden. Das ist ja ganz normal, weil wenn ich irgendwie für meine Regierung gucke auf den Markt, was habe ich da für gute Beraterposten, ja dann wähle ich halt die, die fähig da drin sind. Und gerade jetzt am Fall von Russland, russische Soldaten werden eben gerade gerne in der Terrorismusbekämpfung, wie man es dann so schön nennt, genutzt, weil sie eben gute Erfahrungen in den Kaukasuskriegen gesammelt haben. Um das jetzt mal einfach so hart, das ist natürlich nichts Tolles, aber um es mal einfach so hart dazu gesagt zu haben. Das brauchen wir auch. Putin und sein innerer Kreis wollen Russlands Ansehen auf der Weltbühne wiederherstellen. Russland soll wieder respektiert und als Weltmacht gesehen werden. Sie glauben, dass sie den Westen schwächen müssen, indem sie dort Zwietracht sehen und die westliche Einheit untergraben. Je schwächer der Westen, desto besser für Russlands Positionen auf der Weltbühne. An sich hat sie ja recht, was sie sagt, ist ja an sich korrekt. Natürlich ist das das Interesse vom russischen Imperialismus. Aber habt ihr sowas mal andersherum gesehen über zum Beispiel eine amerikanische Intervention? Also ich habe sowas noch nie, glaube ich, in der Form gesehen. Und was anderes sind denn die ganzen Einsätze, die die Amis im Irak, in Afghanistan und sonst wo gemacht haben? Das ist ja auch nichts anderes letztendlich. Natürlich ist es jetzt in dem Fall informeller, weil es ist halt von so einer Söldnertruppe gemacht, die, by the way, ich weiß nicht, ob die das noch später sagen, aber auch so faschistische Anleihen hat. Aber letztendlich ist es ja auch genau das, was andersherum auch passiert. Und dann würde jetzt ja wahrscheinlich nicht gesagt werden, irgendwie, ja, die Amerikaner probieren halt hier mit ihrer Intervention, die anderen imperialistischen Player auf der Landkarte zu schwächen, wie Russland oder wie China oder sonst irgendwas. Also das würde ja so niemals aufgeladen werden. Ja, und vielleicht, was du jetzt gesagt hast zu dieser Informalität. Das stimmt natürlich, dass das hier nochmal in einem anderen Maßstab abläuft. Aber was man dazu sagen muss, auch wenn jetzt die Gruppe Wagner da nochmal besonders ist, private Sicherheitsfirmen sind ja wirklich kein neues Konzept, wenn wir uns den Irakkrieg beispielsweise angucken. Da gab es ja diverse Dienstleister, die eingesetzt wurden. Und auch jetzt gab es noch aktuellere Beispiele, auch wenn das immer mit einem jetzt nicht klaren Verhältnis zu eben dem US-amerikanischen Staat ist. Gab es da ja auch so Fälle wie der versuchte Putsch gegen Maduro in Venezuela, den es gab von eben ehemaligen amerikanischen Soldaten, die sich dann kolumbianische Verbündete gesucht haben. Als auch einfach historische Beispiele, Bay of Pigs Invasion in Kuba, was eben auch von einer im Endeffekt Söldner-Truppe aus Exil-Kubanern gemacht wurde, die Castro beseitigen wollten. In der Zentralafrikanischen Republik übernehmen russische Wagner-Söldner die Kontrolle über das Militär. Auch die Sicherheitskräfte, die den Präsidenten Fuston, Archon, Stouardera schützen, sind Wagner-Leute. Wagner hat eine extrem repressive und strenge Kontrolle der Bürger des Landes geschaffen. Die Bürgerinnen und Bürger werden sehr stark vertreten. Genauso werden Journalisten überwacht, die vor Ort recherchieren. Nach unserer Ankunft werden wir fotografiert und von Drohnen überwacht, gesteuert von bewaffneten Männern. Unsere Hotelzimmer werden durchsucht. Ein Teammitglied erhält eine Morddrohung und verlässt das Land. Uns wird ein Video zugespielt, datiert auf den 2. Juni 2021. Die Bilder stammen von einer ausländischen Aufklärungsdrohne und dokumentieren ein Verbrechen. Ich finde trotzdem, dass man an dem Beispiel, was sie jetzt für sich selber auch erfahren haben, die Journalistinnen ja auch sehr gut sieht, dass natürlich in solchen Bereichen das dann doch was anderes ist. Also natürlich ist es dann jetzt, was ich auch gerade selber gesagt habe, aber jetzt der amerikanische Einsatz in Afghanistan, da ist mir zum Beispiel nicht bekannt, dass da irgendwie einzelne Journalistinnen halt irgendwie bedroht wurden. Jetzt zum Beispiel von einer anderen, also zum Beispiel dann russische Journalisten oder sowas bedroht wurden als Beispiel. Und da ist natürlich so eine Söldnertruppe, die vielleicht unter ein bisschen weniger Kontrolle steht, als jetzt so eine offizielle Armee natürlich auch nochmal, kann natürlich auch nochmal ein anderes Kaliber sein. Ja, definitiv. Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, was man dann häufig eben aus dem Irak gehört hat. Da habe ich das zumindest mal so mitbekommen, dass dann so ein bisschen journalistische Aufarbeitung davon gab und dass dann auch eigentlich immer die Irakis dann eben den Journalistinnen erzählt haben, dass sie immer am meisten Angst eben vor den bärtigen Truppen mit den Sonnenbrillen hatten, weil das auch so ein gängiges Mittel dann eben war, um Identität zu verbergen, dass sie sich dann eben Vollbärte haben wachsen lassen und Sonnenbrillen getragen haben und dass das eben auch vor allem was war, was man dann eben bei den, wenn es aus dem Westen kommt, nennt man das ja private Sicherheitsfirmen, so davon ausging. Aber du hast natürlich recht und sicherlich wird auch einfach, wie der russische Staat auf seinem Staatsgebiet dann eben sich bestellt, dass das dann auch eben versucht wird, auf die verschiedenen Staaten, die eben in seiner Einflusssphäre liegen, dann auch dort auszuweiten, das System. Das ist ja klar, das ist ja auch ein bisschen das, was wir, glaube ich, in der Folge zum russischen Imperialismus gesagt haben, dass das, worüber er sich verkauft, natürlich auch eine Alternative zu eben dieser westlichen liberalen Demokratie ist und ein von starken Männern geführter, autoritärer Staat, der größtenteils dann eher diktatorisch handelt und eben stärkeren Eingriff in die eigene Wirtschaft vollnimmt, was man ja auch dann sieht in den Verbündeten, die Russland sich wählt. Und so wird wahrscheinlich auch in Zentralafrika State Building jetzt gemacht. Und vielleicht noch eine Sache vor, bevor du jetzt weiterklickst. Das muss man natürlich sagen, wir haben die Videos vorher nicht geguckt, wir wissen nicht, was für Bilder da gezeigt werden, wir wissen auch nicht, was jetzt kommt. Deswegen vielleicht erstmal schon mal so eine Inhaltswarnung, dass es jetzt sicherlich auch Bilder von Gewalt und Kriegsverbrechen geben könnte. Ja, wir sind ja beim Thema hier, führt die Gruppe Wagner Säuberung durch. Ein Konvoi passiert eine zentralafrikanische Straße. Zu sehen, auch gepanzerte Fahrzeuge. Sie sind charakteristisch für die Gruppe Wagner. Ähnliche Modelle nutzen die russischen Söldner in Libyen. Der Konvoi stoppt. Drei Soldaten halten zwei Einheimische an und beginnen sie zu schlagen. Einer der Männer entkommt und rennt in den Busch. Die Söldner der Gruppe Wagner folgen ihm. Dann schießen sie ihm in den Rücken. Russische Söldner nennen das Satschistka, Säuberung. Wenn man ein Gebiet besetzt, um es zu einer grünen Zone zu machen, dürfen keine Zweifel bleiben, es wird gesäubert. Nachdem eine Stadt eingenommen wird, durchsuchen die Wagner-Leute alles, jedes letzte Haus. Und wenn du bei jemandem Waffen findest, kannst du ihn gleich eliminieren. Finanziert wird die Gruppe Wagner vom russischen Oligarchen Yevgeny Prigoshin, ein Vertrauter Putins. In der Zentralafrikanischen Republik soll er sich den profitabelsten Sektor des Landes gesichert haben. Diamanten und Goldminen. Die größte Goldmine des Landes ist Ndassima. Einem vertraulichen Dokument zufolge ist diese Goldmine mehr als 2 Milliarden Euro wert. Der Mann arbeitet in der Bergbaubranche und hat vertrauliche Unterlagen entdeckt. Sie belegen, die Bergbaulizenzen sind ein Zahlungsmittel für Wagner-Söldner. Und das ist ja vielleicht auch nochmal, was man dann über das ganze Oligarchiesystem von Russmann nochmal gesondert sagen muss, dass das ja auch wirklich was ist, was jetzt beispielsweise in EU-Staaten nicht so stark passiert, sondern dass es da eher ist, dass man allgemein für eben die wirtschaftliche Entwicklung des freien Markts sich dann verlässt, dass dort dann eben die unterschiedlichen Unternehmen dann eben Aufträge vor Ort übernehmen. Und das hat man jetzt teilweise auch in den USA, aber das ist natürlich im russischen System noch viel stärker, dass eben diese jeweiligen Oligarchen, die auch in dem direkten Einflusskreis von Putin drin sind, und dann natürlich auch gesonderte Privilegien haben, sich dann Ressourcen und Aufträge vor Ort zu sichern und im Endeffekt jetzt dann die Zentralafrikanische Republik auszuplündern mit einer direkten Gewalt eben von der Söldnertruppe, wie es denen dann halt passt. Und das ist nebenbei, sieht man ja jetzt auch, dass es primär darum geht. Also diese ganze Zentralafrikanische Republik ist Russland, glaube ich, scheißegal so. Also ich weiß nicht, das hat auch, glaube ich, keinen so großen strategischen Wert oder so von dem, was ich jetzt im Kopf habe, sondern es geht, glaube ich, da primär dann doch um einfach diese Ressourcenausbeutung und da halt dann direkt am Drücker zu sein. Ich glaube, vorher hatte Frankreich einen ziemlich starken Standort und hat dementsprechend die Ressourcen dort dann direkten Zugriff drauf gehabt und jetzt buhlt da eben Russland drumherum, um da dann am ersten Hebel zu sein. Ja, ich glaube, da kommt immer beides so ein bisschen zusammen. Also ich würde das nicht so stark unterschätzen, dass es natürlich gerade für Russland wichtig ist, jetzt jeden Auslandseinsatz zu haben, den sie eben irgendwie bekommen. Weil das natürlich auch immer da, genauso wie mit China, mit den ausländischen Militärbasen, einfach da vor Ort sein zu können, natürlich was Neues ist, was es vorher eben nicht so gab, was ein Privileg im Endeffekt des Westens war nach dem Ende der Sowjetunion. Deswegen würde ich das nicht ganz unterschätzen, auch wenn du natürlich recht hast, jetzt von der strategischen Lage und so ist das nicht so wichtig. In einem internen Wagner-Dokument sind afrikanische Länder nach ihrem Umsturz Potenzial aufgeführt. Zum Beispiel Kamerun, Relevanz 7 von 10. Analyse, Ansammlung russischer Firmen, möglicher Machtwechsel zeichnet sich ab. Mali, Relevanz 9 von 10. Analyse, große Vorkommen von Gold, Baumwolle, schwache Wirtschaft, schwache Gebietskontrolle. Französische Militäreinheiten vor Ort. Fest steht, in Mali beendet Frankreich seinen Antiterror-Kampf und zieht seine Truppen ab. Dafür rückt Wagner ein. Im Januar 2022 kommen die ersten russischen Söldner ins Land und errichten ihre Basis nördlich des Flughafens von Bamako. Und da möchte ich auch nochmal einhaken für all die, die jetzt vielleicht zuhören und eher eine pro-russische Position einnehmen. Das, was jetzt da an diesen Stellvertreterkriegen passiert, ist natürlich recht ähnlich zu dem, was wir gesehen haben, eben von Konflikten zwischen der Sowjetunion oder dem gesamten sozialistischen Block und dem kapitalistischen Westen im Kalten Krieg. Aber es ist halt von dem, was das für diese Staaten bedeutet, nicht das Gleiche. Auch wenn sich da Ähnlichkeiten abzeichnen. Also an all die von euch, die da jetzt vielleicht eine pro-russische Position einnehmen. Das, was da an eben Aufbauhilfe für den Staat geleistet wird, das, was dann eben an Parteinahmen da passiert, ist nicht das Gleiche. Weil egal, was man jetzt von der Sowjetunion und dem sozialistischen Block gehalten hat, wenn wir uns ja angucken, wie diese Staaten sich dann vor Ort eingemischt haben, hatten sie ja zumindest ein gewisses Interesse, eben eine, wenn auch nicht nach unserem Vorbild, gute, aber zumindest eine irgendwie geartet sozialistische Wirtschaft vor Ort aufzubauen und auch die Staaten in ihrer Unabhängigkeit zu unterstützen. Das wird ja immer so ein bisschen dargestellt, als hier wurden dann einfach nur Satellitenstaaten eingerichtet. Wenn wir uns das angucken, dann gab es ja wirklich auch, wenn nicht immer, aber doch einzelne Versuche, dort unabhängige sozialistische Staaten aufzubauen. Und das, was da jetzt passiert, ist einfach nur Bilderbuch-Imperialismus von russischer Seite. Das ist genau das Gleiche, was der Westen schon seit Jahrzehnten vor Ort betreibt. Und also da wirklich irgendwie dann was Positives dran zu erkennen und eine Parteinahme zu betreiben, also Entschuldigung, das ist wirklich traurig. Ex-Oligarch. Das sind immer die besten Putin-Kritiker. Das finde ich wirklich immer geil so. 20 Jahre top, wirklich wie im Schlaraffenland, Russland und die ex-sowjetischen Republiken ausgeplündert. Alles super mit Putin. Oh nein, Putin mag mich nicht mehr. Puh, ich war schon von Anfang an absoluter Kämpfer für die liberale Demokratie und die Menschenrechte in Russland. Na klar, da hast du jetzt prinzipiell recht, trotzdem sind das ja auch wichtige Quellen. Also die haben dann ja auch Leute, das ist ja auch so wie dann irgendwelche CAA, Ex-CAA-Leute oder sonst irgendwas. Das sind ja dann trotzdem auch Leute, die an der Quelle sitzen und auch bestimmte Sachen sagen können potenziell. Vielleicht probieren die auch nur ihre Haut zu retten oder sich jetzt als was weiß ich was darzustellen. Nee, natürlich, wenn die jetzt richtige Sachen sagen, würde ich denen das nicht absprechen. Deswegen aber trotzdem kann ich mir ja nicht verkneifen, wenn ich die Leute sehe. Entweder er weicht überall dort zurück, wo Putin Interessen hat, oder er beantwortet Gewalt mit Gewalt. Wir alle freuen uns auf den Tag, an dem Frieden herrscht und Probleme durch Gespräche gelöst werden. Aber dieser Tag ist noch nicht gekommen. Für die Westen wird es ein Böses, aber in jedem Leben wird es ein schwerer Urlaub, wenn der Europäische es zeigt. Sorry, aber da muss ich auch nochmal kurz was sagen. Ich kann es nicht mehr hören mit diesem, der Westen hat die ganze Zeit geschlafen und jetzt wird er rausgerissen. Auf einmal Russland macht irgendwelche Dinge und damit hat doch niemand gerechnet. Also sorry, da muss ich doch eigentlich nicht sagen, warum das Unsinn ist, wirklich. Es gibt halt einfach einen jahrzehntelangen Krieg der Machtblöcke, der imperialistischen. Und die haben das halt zu 100% auf dem Schirm. Es gibt keinen Konflikt, den die NATO mehr auf dem Schirm hat als diesen. Es gibt keinen Konflikt, den die NATO mehr eint als diesen und der aktueller ist. Also das ist, glaube ich, einfach ein Mythos. Wir haben ganz vergessen, dass es da dieses größte Land der Welt gibt mit dem größten nuklearen Arsenal der Welt. Puh, das ist uns irgendwie komplett entflogen. In Afrika weicht der Westen zurück und Russland gewinnt an Einfluss. Mithilfe von Söldnern. Das hatten wir schon mal. Wir sind keine Gangster, die loszielen und gegen geldarme Afrikaner umbringen. Sie interessieren uns nicht. Unser eigentliches Ziel sind die westliche Welt und ihre Ideologie. Das hätte aber irgendwie auch schon mal. Haben eine andere Welt an Schaum? Wir werden immer auf Konfrontation mit dem Westen sein. Wir sind auch gut, aber wir haben uns da gut Konfrontation. Im Prinzip bis zu dem Punkt, wo es halt wieder eine andere Form von Weltordnung gibt. Also der Typ stellt jetzt so sein moralisches Konstrukt als was weiß ich was dar und natürlich existiert das auch für ihn. Aber potenziell kann es ja auch mal eine andere weltpolitische Situation geben, wo, was weiß ich, dann der Kreml ausgetauscht wird durch halt eine eher der den westlichen Demokratie nahekommenden Konstrukt. Und dann führt er plötzlich als Söldner dann irgendwie Krieg gegen den chinesischen Imperialismus oder so. Also das ist ja alles sehr, ein sehr wankelmütiges Moralkonstrukt, was solche Leute vor sich her tragen. Kann man heute von einer Wiederkehr des Kalten Krieges sprechen? Hat er je geendet? Die russische Föderation ist heute kein Imperium, wird aber Wege finden, es wieder zu werden. Und Wagner trägt dazu bei? Ja, Wagner ist ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. Was hältst du davon? Ja, was halte ich davon? 6 von 10. Ja gut, das war die erste Reportage. Ich meine, wir haben echt viel dazu jetzt geredet. War auch relativ dünn, würde ich sagen. Aber natürlich jetzt nicht komplett uninteressant, also hätte auch schlimmer kommen können. Brauche jetzt kein großes Abschlussfazit. Glaube ich auch. Ihr könnt unsere Meinung dazu in den Kommentaren nachlesen, was wir von privaten Söldnertruppen halten. Okay, wir haben das erste Video gesehen. Jetzt gehen wir direkt über in das zweite Video, was sich dann auch mehr auf die deutsche Situation dann bezieht. Und gucken wir mal, was uns das zweite Video zu bieten hat. MrWissen2go ist ja manchmal echt ganz gut und manchmal auch ein bisschen sehr dünn. Wir werden sehen. Ich finde auch wirklich, dass MrWissen2go einfach so dieses, ja, diese gesamtdeutsche Meinung dann auch immer versucht, irgendwie wiederzuspiegeln in seiner Neutralität. Das finde ich ganz witzig. Das Einzige ist, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber MrWissen2go ist, meine ich, wenn ich mich recht entsinne, ein Abtreibungsgegner. Ja, also der hat mal so ein Video dazu gemacht, wo er irgendwie so eine Anti-Abtreibungsposition vertritt. Müsst ihr mal reinschauen. Das labelt er dann auch als seine persönliche Meinung, aber der hat da, glaube ich, irgendwie so eine Ansicht von ihm, wie es soll nicht nach drei Monaten Abtreibungen geben oder sowas. Ich finde das Startbild wirklich großartig. Ja, das ist wirklich super, der arme Junge, der da reingezwingt wurde. Deutschland und überhaupt alle Verbündeten brauchen Entschlossenheit. So hört man es immer wieder auch von Bundeskanzler Olaf Scholz. Präsident Putin sollte unsere Entschlossenheit nicht unterschätzen, gemeinsam mit unseren Alliierten jeden Quadratmeter des Bündnisgebiets zu verteidigen. Wie so eine Glatze scheint. Entschlossen und Entschlossen ist Deutschland wirklich. Wenn man sich die Zahlen vom ZDF-Politbarometer anschaut, dann wird klar, ganz so einfach einheitlich sind die Einstellungen nicht. Gerade bei der Frage, ob Deutschland schwere Waffen an die Ukraine liefern sollte, scheiden sich die Geister. Vor allem die Parteigeister. Besonders Anhänger der AfD und der Linken scheinen da zurückhaltend zu sein. Aber sind sie deshalb Putin-Versteher? Ja Mensch, da kommt doch auch wirklich direkt das zusammen, was sowieso schon immer der liberale Deutsche kritisiert hat. Da ist hier der altbackene Linksradikalismus und der altbackene Rechtsradikalismus vereint sich da in seiner Liebe für Autorität und nicht genehmigte Kriegseinsätze. Also schauen wir uns mal an, was die Zahlen dazu wirklich hergeben. Jetzt und in den vergangenen Jahren. Und woher diese Haltung zu Russland und Putin von einigen Parteien überhaupt kommt. Noch nie gesehen, Polybarometer. Was denkt ihr denn darüber, dass Deutschland schwere Waffen die Panzer an die Ukraine liefert? Absolut richtig, zu viel, vielleicht sogar viel zu wenig. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Erstmal direkt die Frage in die Kommentare. Voll gut, das ist das Wichtigste von dem Algorithmus. Einfach vorher, bevor man das gesehen hat. Ja. Vor allem. Wenn uns interessiert, wie Deutschland im internationalen Vergleich dasteht, der kann beim sogenannten Ukraine-Support-Tracker mehr Infos bekommen. Oh, wow. Das ist interessant. Das ist wirklich mal interessant. Da müssen wir mal einmal zurück. Da steht, der kann beim sogenannten UK... Okay, schauen wir doch mal. Hm. Ja. USA. Da wäre immer militärisch die Nase vorn. Dann kommt die EU so... Ich meine, es gibt ja auch ein paar von euch, die das vielleicht nur als Audio hören, deswegen... Die EU kommt dann so mit einem Drittel von den USA ungefähr. Also die USA sind bei über 45 Millionen. Dann kommt die EU mit etwas über 15 Millionen. Und dann Großbritannien mit 5 und dann Deutschland mit etwas da drunter. Wobei die EU-Gelder sind ja auch Gelder von den jeweiligen Staaten. Ja, ich glaube, da steht ja Kommission und Rat. Das ist dann einfach nur das, was an den Finanzmitteln schon vor von den Mitgliederländern wahrscheinlich dann eingezahlt wird und dann von der EU halt verwaltet wird. Und das, was Deutschland und Polen jetzt da beispielsweise, Italien, Schweden da unten noch in vernachlässiger Zahl dann gegeben hat. Das ist dann eben von den Staaten selber. Wobei man ja jetzt auch sagen muss, Großbritannien macht das ja jetzt alleine. Nicht mehr EU-Land. Finde ich auch wirklich spannend, dass die USA da so weit davor natürlich nicht unbedingt gedacht. Aber daran sieht man ja auch nochmal so ein bisschen, dass es wirklich diese USA-Russland-Konfrontation halt irgendwie so primär in diesem Konflikt auch nochmal ist. Ja, das ist natürlich klar. Wir hatten ja auch, glaube ich, mal in der Folge selber gesagt, dass wir das so wahrgenommen hatten, dass das ein verstärkter EU-Russland-Konflikt ist. Aber zumindest da kann man ja jetzt eigentlich nicht vernachlässigen, wie wichtig das jetzt für die USA ist, da den Feind in die Knie zu zwingen. Vor allen Dingen militärisch. Es ist ja wirklich so, dass die USA nach dieser Grafik irgendwie genauso viel militärische Hilfe leistet, wie alles andere zusammen. Ja, aber gut, da muss man natürlich auch dazu sagen, die USA sind ja wirklich mit ihren Militärausgaben mit einem riesigen Abstand federführend. Ich glaube, das wird gerne vergessen mit den USA als größtes Militär. Da vergleicht man das dann immer mit den anderen Staaten. Aber es ist ja wirklich ein riesiger Sprung. Oh Mann. Wobei, aktuell gibt es auch immer wieder Lieferprobleme, aber das ist ein anderes Thema. Für das Politbarometer wurde am 17. Juni auch gefragt, wie die Deutschen die Unterstützung der Ukraine durch die Bundesregierung einschätzen. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Mal kurz anhaltend für euch. Bei der Antwort zu viel sah es so aus. Nur die Anhänger der AfD finden mehrheitlich, dass die Regierung zu viel für die Ukraine mache. Im Mai 2022 findet es die Mehrheit richtig, dass Deutschland schwere Waffen wie Panzer an die Ukraine liefert. 58% waren dafür, 34% dagegen. Der Rest unentschlossen. Auffällig ist, Kritik an den Waffenlieferungen gibt es vor allem in der Anhängerschaft von zwei Parteien. Der Linke und der AfD. Wir haben ganz eindeutig einfach immer noch eine stärkere Orientierung in den neuen Bundesländern in Richtung des alten Ostblocks. Da haben wir bei allen Fragen immer eine größere Skepsis, auch in der Gesamtheit der Bevölkerung, gegenüber NATO und westlichen Verteidigungsanstrengungen und immer ein größeres Verständnis auch für russische Positionen. Was dann allerdings bei den AfD-Anhängern und bei den linken Anhängern eben besonders stark ausgeprägt ist. Wobei man jetzt ja wirklich dazu sagen muss, die Grafik war ja so, dass bei der linken das relativ stark, also nur irgendwie 25% oder so waren das ja, die dann wirklich explizit gesagt haben, dass zu viel da irgendwie für die Ukraine gemacht wird. Und bei den Waffenlieferungen war die Zahl dann deutlich größer. Das würde ich jetzt zum Beispiel so dann auch lesen, dass es nicht unbedingt nur jetzt darum um Putin-Versteher oder sonst irgendwas gibt, sondern schon auch viel von der klassischen antimilitaristischen Position einfach, die jetzt halt sagen, gut, wir wollen halt auch einfach nicht, dass Waffen generell jetzt irgendwo hingelegt wird werden oder so, unabhängig jetzt von oder wir glauben auch nicht, dass das eine Lösung ist in diesem Konflikt oder so. Also das kann man ja auch so und so deuten. Das wird ja jetzt halt in einer bestimmten Art und Weise auch gewertet. Das stimmt natürlich, wobei da muss man dann ja auch wieder sagen, in dem medialen Bild, um darauf mal zurückzukommen, ist natürlich Solidarität mit der Ukraine in diesem Kriegsfall jetzt einfach medial immer gleichgesetzt mit eben auch militärischer Unterstützung. Und zwar zum Großteil. Genau. Zum Großteil. Zwar gibt es da auch sicherlich eine gewisse Debatte und ich habe auch ein paar kritische Stimmen gehört, aber meistens ist es ja so, wie es hier dargestellt wird, dass eben wahrgenommen wird, Waffenlieferungen gleich Solidarität mit der Bevölkerung. Irgendwie scheint das auf den ersten Blick merkwürdig zu sein, dass das nun gerade die Parteien sind, die bei ihren Positionen ja eher so weit auseinander scheinen wie Johnny Depp und Amber Hart vor Gericht. Ist das jetzt also Zufall mit diesen Haltungen? Was? Aktualität. Übrigens eine Playlist mit allen Hintergründen zum Russland-Ukraine-Konflikt haben euch die Kollegen von ZDF heute zusammengestellt, findet ihr oben auf dem i verlinkt. Da bekommt ihr auch Informationen zum Thema Lieferung schwerer Waffen. Jetzt schauen wir mal auf das Jahr 2014. Bewaffnete Soldaten besetzen die ukrainische Halbwindel Krim. Und nach einem umstrittenen Referendum, nach einem völkerrechtswidrigen Referendum, erklärt Wladimir Putin im März die russischen Föderation. Ähnlich wie heute im Zuge des Angriffskrieges durch Russland auf die gesamte Ukraine legen einige Länder und Organisationen wie die EU Sanktionen gegenüber Russland auf. Im März 2014 fragt die Forschungsgruppe Wahlen, Wenn Russland versucht, weitere Gebiete der Ukraine dem russischen Staatsgebiet anzugliedern, sollte die Europäische Union dann weitreichende wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Russland verhängen? Oder sollte sie das nicht tun? Und mehr als drei Viertel derjenigen, die die Absicht haben, die AfD zu wählen, 79% fordern keine Sanktionen. Bei der Linken sind es 61%. 2018, also vier Jahre nach der Annexion der Krim, sprechen sich vor allem Anhänger der AfD für Lockerungen der Sanktionen aus. 71% Weder der Linken zu 52%. Hier muss man auch wirklich nochmal kurz dazu sagen, die Zahlen sind ja überall relativ hoch. Bei allen Parteien, auch in der Grafik davor, waren die relativ hoch. Und das zeigt auch nochmal, dass generell Sanktionen werden ja mittlerweile so selten überhaupt hinterfragt, was das dann auch so konkret bedeutet. Ganz am Anfang vom Krieg war das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Thema. Aber jetzt mittlerweile ist das ja einfach so ganz normal. Also Sanktionen sind eigentlich so das Minimum, was man überhaupt macht und so weiter. Und dass das also, dass das halt ein ganz klares Mittel der Kriegsführung ist. Das ist Krieg. Also Sanktionen sind eigentlich eine kriegerische Auseinandersetzung, die im größten Teil eben nicht jetzt irgendwie die Oligarchen oder die Herrscherklicke der Länder, dann treffen die jetzt, wie zum Beispiel Russland, irgendwie rund um Putin das zu verantworten haben, dass dieser Krieg geführt wird. Sondern es trifft auch in der Mehrzahl dieser Sanktionen, treffen eigentlich immer die Zivilbevölkerung, immer die Masse der Menschen, wo dann halt eben die Preise teurer werden oder die Lebensunterhaltskosten noch schwieriger zu bewerkstelligen sind. Das ist eigentlich die meiste Realität. Und ich denke auch mal, das ist halt ein wichtiger Grund, warum auch in dieser Umfrage dann wirklich so eine große Unterstützung halt für diese eher so ja zum Beispiel Sanktionen lockern oder so Geschichte gibt, weil das ja auch dann einfach eine Form von Entspannung dann in so einem Zustand dargestellt hätte, wie jetzt halt 2018 das war. Direkt mal zwei Gedanken dazu. Also erstens will ich es noch ein bisschen drastischer formulieren, weil man darf sich wirklich nicht die Illusion machen, dass dieses Treffen der Bevölkerung da eine Art, wie man das immer so schön in westlicher Kriegsführung sagt, Kollateralschäden sind, sondern dass es explizit darum geht, eben den Druck auf die Herrschenden des Staates zu erhöhen und eben durch Unzufriedenheit der Bevölkerung Unruhezustände auszulösen. Natürlich geht es aber auch um eine direkte Schwächung einfach der Wirtschaft vor Ort, wo man dann eben sagt, all das, was in diesem Staat passiert, wird eben zusammengefasst als der Feind. Und da ist es erstmal egal, wen es da trifft, weil es geht um eine Schädigung dieses Feindes. Also handelt es sich da nicht um Kollateralschäden, sondern auch um ein direktes Ziel. Und wenn wir jetzt hier uns Sanktionen lockern angucken, da würde ich natürlich, also kann ich auch verstehen, wenn man da so ein bisschen den Optimismus vertritt, dass die Leute hier einfach sagen, puh, dem Russen geht es jetzt da irgendwie schlecht, dem einfachen Russen auf der Straße, finden wir irgendwie schwierig und deswegen Sanktionen lockern. Sicherlich gibt es da auch ein paar Leute von SPD über FDP bis Linke, die genau das vertreten. Aber ich glaube, ganz viel ist, jetzt vielleicht mal mit der Linken rausgenommen, auch einfach die Meinung, dass diese Sanktionen auch Deutschland schaden. Weil es stimmt natürlich auch, wenn man den Handel da Richtung Russland einschränkt. Das wird ja auch immer von manchen dann eben bezüglich den Gaslieferungen gesagt. Und es stimmt ja auch, tatsächlich schadet es auch einfach zu einem gewissen Grad der deutschen Wirtschaft. Ja. Natürlich können Sanktionen auch in Deutschland zu Nachteilen führen. Ja. Aber es ist eine Aussprache für Russland im Vergleich zu den anderen Parteien und doppelt beziehungsweise dreimal so groß ist. Im März 2022 läuft die russische Invasion der Ukraine längst. Und die Forschungsgruppe Wahlen hat nach der Bewertung der deutschen Maßnahmen gefragt. 55 Prozent der AfD-Anhänger geben an, dass die Maßnahmen gegen Russland zu weit gehen würden. Bei der Linken sind es immerhin 20 Prozent, die meinen, es gehe zu weit. Anhänger anderer Parteien liegen deutlich drunter. Generell muss man jetzt auch nochmal sagen, dass man da wirklich auch erkennt an diesen ganzen Beispielen dann auch von AfD zu Linke, dass diese Unterstützung zu Russland innerhalb der Linken, die ja wirklich dann sehr breit und da sehr breit verankert auch war, dass das halt doch erheblich nachgelassen hat im Vergleich zu der politischen Rechten und ja auch zu Recht. Es ist ja auch richtig und schlimmer Zustand gewesen, dass also in Teilen der Linken oder auch jetzt in der parlamentarischen größeren Teilen der Linken, dass eben so eine Lobbyorganisation für den russischen Imperialismus dann auch teilweise war. Und das ist ja auch dann, ja, auch witzig zu sehen gewesen, dass dann halt, wo dieser Krieg losging, dass dann viele so ganz schockiert irgendwie das so betrachtet haben, das gar nicht fassen konnten, was ja eigentlich logisch ist oder was jetzt nicht irgendwie so total, wie kann das passieren oder so, aber für diese Leute war das tatsächlich dann eben teilweise so. Aber es ist ja gut zu sehen, dass eben diese Tendenz ja auch dann zurückgeht und das gilt ja denke ich mal nicht nur für die parlamentarische Linke, sondern auch für die außerparlamentarische Linke, dass da doch viele vielleicht nochmal ihr Verständnis zu Russland dann überdenken gerade, was ja gut ist. Ja, und vielleicht nochmal zu den Zahlen und dem Unterschied von dem Ganzen, man muss ja auch nochmal sagen, natürlich gab es diese Verbindung über Friedensstiftung etc. auch mit der Linken, dass eben Gelder aus Russland, aus prorussischen Quellen eben in die Partei Die Linke geflossen sind, beziehungsweise dann über Einzelpersonen da oder außerparlamentarische Organisationen, aber die Unterstützung der AfD war ja auch nochmal viel, viel direkter von dem, wie Gelder da reingeflossen sind und was es da alles für russische Stiftungen gab, die Einzelpersonen oder Arbeitsgruppen in der Partei AfD dann eben unterfüttert haben. Das, ja, und das ist natürlich dann auch ein sehr guter Anreiz, soll man sagen, eine prorussische Haltung einzunehmen. Toi, 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 dass Ihnen das jetzt noch mehr auf die Füße fällt der AfD. Und wie positionieren sich die Parteien selbst zum Krieg? Naja, sowohl die AfD als auch die Linke ziehen der Partei intern nicht ganz an einem Streng. Am 7. Mai erklärt AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla, die AfD stehe für eine neutrale Haltung Deutschlands im Bukhainekrieg. Er sei skeptisch bezüglich Waffenlieferungen, aber zumindest offiziell noch diplomatisch zurückhaltend, wenn man so will. Der Krieg an sich wird von AfD-Spitzen als nicht gerechtfertig bezeichnet. Aber vor allem der russland-deutsche AfD-Abgeordnete Eugen Schmidt zum Beispiel fällt immer wieder auf mit Äußerungen, die den russischen Angriffskrieg mehr oder weniger indirekt verteidigen. Mehr oder weniger indirekt. Der Westen übergeht seit langem russische Sicherheitsinteressen und hat das Leid der Menschen in Donbass mit probiert. Das ist russland-deutsche AfD. Spannend. Und als dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj im März per Videoschalte im Bundestag applaudiert wird, bleibt der AfD-Abgeordnete Robert Fahle zunächst demonstrativ auf seinem Platz sitzen. Dieses Schwein. Ich möchte jetzt wirklich keine Lanze für wie heißt der Vogel da irgendwo irgendwas brechen. Aber das jetzt schon... Naja, gut, er stellt es ja einfach nur neutral dar, dass das passiert ist. Generell muss man ja auch jetzt zu der AfD vielleicht nochmal sagen, dass es ja für die jetzt trotzdem... Ich meine, tendenziell verlieren die Erde durch, oder es wird denen eher geschadet, die Situation. Aber die AfD sieht sich ja generell sehr gerne in dieser Situation von... Ja, wo sie halt auch Positionen finden können, wo sie außerhalb des Establishments sozusagen sind und dann halt auch sich darstellen können, so, wir sind die Einzigen, so, bei der Corona-Politik sind wir die Einzigen, die hier konsequent irgendwie gegen die Maßnahmen und wir sind jetzt teilweise auch vielleicht auch die Einzigen, die da konsequent sich zumindest teilweise oder indirekt, wie er das dann darstellt, an die Seite von Russland auch irgendwo stellen und damit greifen sie natürlich auch immer so gewisse, gar nicht so kleine Milieus letztendlich ab. Ich meine, die Gruppe der Russlanddeutschen, die jetzt halt eher dann sich pro Russland positioniert, ist ja keine kleine, aber sie finden halt nur in der AfD letztendlich einen richtig konsequenteren Rückhalt, denke ich. Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, vor allem, weil das ja dann auch gerade diese Milieus sind, die nicht mehr von der Linken bespielt werden, wie wir es auch bei den Corona-Maßnahmen eben gesehen haben und dadurch kann man ja auch nochmal besser auch diese Konflikthaltung eben zur politischen Linken formulieren oder eben zum liberalen Establishment. Und auch das, was Sarah Wagenknecht von der Partei Die Linke noch kurz vor Kriegsbeginn gesagt hat, sollte wohl bekannt sein, aber hier nochmal ein kurzer Einblick. Ich meine, Russland, das ist ja relativ deutlich, haben praktisch kein Interesse daran, in die Ukraine einzumaschen. Die Parteivorsitzende der Linken Das ist für Musik. Das war wieder von Frontal. Das war wieder so ein Bericht über die Wagenknecht dann. Das ist natürlich ein ziemlicher Fail, dass so etwas zu sagen wie ein paar Monate später passiert ist. Ich meine, ich wollte auch gerade sagen, irgendwie, die Wagenknecht ist ja jetzt nun wirklich keine Repräsentation für die Parteimeinung, aber gleichzeitig ist es natürlich auch immer noch ein Witz. Die ist ja, glaube ich, immer noch in der Partei, all dem, was die geleistet haben. Ich verfolge das nicht so. Wir werden auch ständig gefragt, was wir irgendwie zu Wagenknecht denken. Stimmt, stimmt. Und ich weiß nicht, ich verfolge es dann einfach nicht so, weil, okay, so interessiert es mich jetzt auch nicht, was sie sagt. Wobei eine Sache muss ich vielleicht noch dazu sagen, was man ja nicht vergessen darf, ist, dass Wagenknecht, glaube ich, für viele Leute immer noch eine der oder vielleicht die relevanteste links von der links von der klassischen Bundestagsmeinung stehende Person in Deutschland ist. Wenn man sich anguckt, wie gut sich irgendwie Artikelbücher und so von ihr verkaufen. Die hat ja jetzt auch noch mal ein neues Buch verfasst, wo sie im Endeffekt dann auch so eine Kapitalismus-Kritik formuliert, die im Endeffekt auch einfach nur ein Ja, wir müssen ja irgendwie alle hier wieder stärker in Deutschland an einen Strang packen und zusammen wirtschaften und Sozialpartnerschaft auf einer leicht stärkeren Arbeitnehmerseite und dann funktioniert das schon und Identitätspolitik der Linken ist das, was uns den Niedergang gebracht hat. Das, vielleicht würde ich das auch dann noch mal so ein bisschen revidieren, dann darf man auch nicht unterschätzen, was diese Frau dann dazu sagt. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen unser Fehler, dass wir da uns gar nicht mit beschäftigen, aber Joshua hat ja schon eine Tendenzposition von uns aufgemacht hier an der Stelle. Ja, was wir schon der Frau halten, ja. drei werben nach Kriegsbeginn aber auch weiterhin für ein gewisses Verständnis für Wladimir Putin und immer wieder kommt dabei auch durch, dass die USA und die NATO teilweise auch Deutschland eine Mitverantwortung an dem Krieg haben sollen. Was ich persönlich überhaupt nicht verstehen kann. Bitte kurz, was er noch weiter dazu sagt. Okay, was denkt ihr? Ja, toll. Ja, ich meine, nee, klar, das ist natürlich so ein Krieg, der ist halt nur von, wenn das halt so, das ist nur eine Seite. Klar. Ich meine, das ist jetzt halt wieder so eine Situation. Natürlich gibt es diese Restposition in der Linken, die halt, die da halt lobbymäßig noch agieren. Aber wie schnell bist du mittlerweile in diesem Verdächtigungsmoment, wenn du jetzt halt das sagst, wenn du sagst, okay, das ist kein einsätiger Konflikt oder so. Wie schnell bist du in dem, dann wirst du direkt moralisch halt irgendwie da niedergemacht. Und das hat er jetzt natürlich nicht, aber er hat das schon so ein bisschen aufgemacht, dass es halt in diese Richtung geht. Und das müsste man ja anhand von konkreten Personen dann halt konkret überprüfen und konkret festmachen. Sind das jetzt wirklich Leute, die Lobby-Sachen machen oder sind das einfach nur konsequente Antimilitaristen, die sich gegen Imperialismus stellen oder so? Und das ist ja selbst bei uns dann auch in Diskussionen ab und zu mal so, dass wir, wenn man sich jetzt unsere Podcasts anguckt, wenn man sich unsere politische Positionen halt anguckt und wo wir stehen und was wir machen, dann ist es ja völlig offensichtlich und klar und zu 100 Prozent logisch, dass wir da also absolute Todfeinde, des russischen Staates und seiner imperialistischen Politik sind, aber wenn du das halt eben probierst, halt ein bisschen gelassener einzuordnen, ein bisschen gelassener zu analysieren und halt eben das auch herzuleiten, dass halt eben nun mal nicht das einfach nur der russische Barbar ist, der einfach nur wildkriegführend da alleine Schuld an dieser Situation ist, dann bist du halt sehr schnell dabei, dann auch diesen moralischen Vorwurf zu bekommen. Ja und da schreibt uns doch vielleicht mal eure Meinung in die Kommentare. Nein, dann kann ich nicht mehr. Ja, das ist natürlich wichtig für all die, die vielleicht jetzt auch durch dieses Video überhaupt auf uns gestoßen sind, das was du gerade als Einschätzung zu unserer Position gesagt hast, weil das muss man wirklich, wirklich betonen, es geht hier nicht um irgendwie die Schuldsuche, die ja so häufig jetzt in den Medien da betrieben wird, irgendwie wer ist jetzt da Schuld im Ukraine-Krieg beziehungsweise die Frage ist ja eigentlich schon jedes Mal, wenn die angefangen wird, beantwortet ist natürlich Russland, die jetzt da, Russland das jetzt da die Schuld trägt und der russische Staat ist der einzige Schuldige da drin und so funktioniert das nicht, so funktioniert das nicht in Konflikten mit Staaten da zu suchen, wer ist jetzt schuldig, euer Ehren sprechen sie jetzt bitte das Urteil und dann kommt eben dieser Staat in den Knast. Nein, so funktioniert das nicht, so ist das auch einfach nicht, wie es sich darstellt, sondern das sind eben Staaten, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten einfach aus dem, wie sie funktionieren, in einen Konflikt treten und dadurch wird das erzeugt und das ist auch das Problem dabei, wenn wir uns das jetzt angucken mit dieser Fragestellung, ja hat vielleicht der Westen da auch irgendwie einen gewissen Anteil oder die EU und USA und das wird dann immer nochmal einmal so um Neutralität zu wahren kurz angeklungen, aber wenn wir uns das angucken und auch wenn ich mir all diese Videos angucke, wo das überhaupt dann gesagt wird, das ist ja auch, wie wir gerade gesehen haben in dem Video wirklich nicht immer der Fall, dann wird es halt in einem Nebensatz mal einmal so kurz fallen gelassen, um eben gesagt zu haben, naja, wir wollen jetzt ja auch nicht einfach nur eben gegen Russland anreden, sondern wir sprechen das auch an, aber wo wurde das denn mal ausgeführt, wo wird denn dieser Konflikt dargestellt, wenn überhaupt wird ja diese Erklärung mal versucht zu machen, um zu widerlegen, dass es gar nicht diese NATO-Osterweiterung oder diesen Schub Richtung Osten zu Russland gab und dass das ja auch überhaupt nicht stimmt mit eben diesen russischen Sicherheitsinteressen, was dann von pro-russischen Leuten irgendwie mal als Erklärung angebracht wird, das ist wirklich was, was diese Medien nicht wollen, sie wollen nicht da eine Erklärung leisten, sondern sie wollen da einfach nur den Schuldigen finden und den haben sie schon wirklich jetzt seit Monaten für sich gefunden und das ist eben Russland. Und die Putin verstehe. Und die Putin verstehe. Von links bis rechts. Von links bis rechts. Geht's übrigens in dem Video hier oben auf dem i-Verlink. Schaut da gerne mal rein. Eine Umfrage des Thinktanks CEMAS zeigt, dass bei AfD-Anhängern 64,4% weniger als bei den anderen Bundestagsparteien eine Hauptschuld bei Russland für den Krieg sehen. Mehr als 30% sehen eine hohe Schuld bei der Ukraine. 42,5% machen bei der NATO eine hohe Kriegsverantwortung aus. Die Anhänger der Linken haben. Wie willst du das denn bitte so sagen? So, äh, also, das ist ja einfach so, wie, was ist das für eine Umfrage? Also, ja, wer hat denn jetzt halt die Kriegsschuld da dran? Ähm, ja, ich antworte jetzt halt irgendwie für so 20 Minuten in das Telefon, was, was ich halt, was halt meine Analyse von der, von der Kriegsschuld ist und dann wird das halt in dieser Grafik erfasst oder was. Also, wie genau läuft sowas ab? So, das kannst du ja nicht mit Russland, NATO, Ukraine beantworten. So, natürlich, also, pfff. Also, ich meine, wenn ich mir das jetzt so angucke, ich meine, äh, ich glaube, AfDler, ähm, quatschen wirklich im Vergleich zum Durchschnitt deutlich mehr Unsinn als der Durchschnitt, aber ich meine, das scheint mir jetzt, äh, gar nicht mal so, wenn man so sagen will, so eine schlechte Darstellung davon. Wenn man jetzt unbedingt da die Schuldfrage klären möchte, das ist ja recht ausgeglichen, so, vielleicht jetzt kann man ein bisschen von der Ukraine wegmachen, weil das ja wirklich auch, ähm, zwar auch einen Eigenanteil hat an dem Krieg, aber auch, äh, einfach nur das Stellvertreterland, in dem das ausgeführt wird, aber sonst scheint mir das recht nah an der Wahrheit zu stünden. Die Anhänger der Linken haben hier den zweithöchsten Zustimmungswert bei den Bundestagsparteien mit 21,5% und ganz ähnlich sieht es aus, wenn es um die Schuld von EU oder von Deutschland geht. Aber woher kommt es denn, dass gerade Anhänger der AfD, aber auch der Linken eher Verständnis für den russischen Krieg in der Ukraine zeigen und auch skeptischer gegenüber Waffenlieferungen sind? Geld. Da muss man zunächst mal vorsichtig sein, denn ganz klar, eine Ablehnung von Waffenlieferungen ist nicht gleichbedeutend mit einer Verständigung zum Krieg, zumindest ganz allgemein gesehen nicht. Dazu kommen wir aber später noch ein bisschen genauer. Die Frage ist, was spielt denn bei der AfD eine Rolle? Wir haben eben bei der AfD Anhängerschaft einen großen Teil, das gilt natürlich nicht für jeden Anhänger der AfD, eben eine sehr bestfeindliche und damit natürlich letztlich auch USA- oder NATO-feindliche Grundeinstellung, die automatisch zu einer Nähe gegenüber Russland führt und wir haben ja auch verschiedene Verbindungen im Bereich der rechtspopulistischen Parteien in Europa, die sehr guten Draht eben zu Putin und Russland gehabt haben. Und was muss man speziell bei der Linken berücksichtigen? Bei einem Großteil der linken Anhänger ist es einfach die Tradition, in der diese Partei ideologisch sich befindet und da haben wir ja von der SED über die PDS eine relativ klare, auch zum Teil organisatorische Kontinuität. Das betrifft natürlich einen immer kleineren Teil der Anhängerschaft der Linke, weil da einfach durch die Mortalität viele der alten, die in der SED-Mitglieder heute nicht mehr vorhanden sind, aber da haben wir einfach ähnliche Einstellungen, wie wir sie eben halt auch in dem Putin-Russland vorfinden und von daher ist da auch eine große Reserviertheit gegenüber der NATO und dem Westen als politisch-ideologische Grundeinstellung vorhanden. Und da gibt es dann eben halt auch inhaltliche Berührungspunkte zu den Anhängerschaften der AfD. Ich muss mal einmal pissen. Ja, also ich muss sagen, dass ich das jetzt gar nicht so komplett verkehrt finde, was er gesagt hat. Also es waren eigentlich natürlich bei beiden Parteien und bei beiden politischen Spektren muss es natürlich viel mehr Antworten geben. Das ist ja klar, dass er jetzt da nicht die komplette Analyse liefern kann und dafür fand ich das wirklich zwei Erklärungsmuster, die auch wirklich zutreffen und die ich interessant finde. Bei der Linken fand ich das eben auch deswegen nochmal interessant, weil das auch tatsächlich etwas ist, was man dann noch hinterfragen sollte. Also was dann auch nochmal an die Genossinnen, die jetzt vielleicht aus der Linken oder aus eher so einem autoritär-sozialistischen Spektrum dazugucken, dass es ja tatsächlich viel von dieser Tendenz einfach auf Grundlage, dass es halt so gewachsen ist, aus diesem Ost-West-Konflikt auch hervorgekommen ist und dass man das halt wirklich hinterfragen muss, also dass das ist da dann eben eine Anlassbeurteilung auf Grundlage einfach nur dieses historischen, das historisch gewachsen ist, halt herkommt. Das geht natürlich überhaupt nicht. Wir müssen ja unsere Analyse an die aktuellen Situation anpassen. Russland ist schon lange nicht mehr die Sowjetunion und selbst die Sowjetunion war zu hinterfragen und zu kritisieren und hat auch eine Form von imperialistischer Politik halt in einer Art und Weise zwar betrieben, aber speziell jetzt Russland müssen wir doch wirklich da anpassen, unsere Analyse daran und da genauer gucken und das ja. Also ganz klar ist, es sind unterschiedliche Punkte, die man bei den einzelnen Parteien betrachten sollte. Warum es in der Vergangenheit bei Demoskopen besonders schwierig war, Wahlergebnisse der AfD vorher zu sagen, das haben wir übrigens schon mal in einem Video erklärt, auch das findet ihr oben auf dem i. Da gibt es so Schwierigkeiten in der Analyse. Schaut euch das auch gerne mal an. Jetzt könnte man natürlich ein bisschen naiv fragen, sind alle AfDler und Linke jetzt also Putin- Versteher oder gar Putin-Fans? Nein, das sind sie natürlich nicht, trotz der beobachteten Auffälligkeiten. Und das geben die Zahlen auch nicht so pauschal her, sollte man auch mal betonen an dieser Stelle. Abgefragt wird ja nicht immer, warum die Menschen sich zum Beispiel gegen Waffenlieferungen aussprechen. Außerdem ist die AfD, genau wie die Linke, eine Partei in der Opposition, die den Regierungsmaßnahmen sicherlich grundsätzlich kritischer gegenübersteht, mindestens öffentlich. Und nicht alle, die gegen die Waffenlieferungen sind, sprechen sich für eine Vergötterung Putins aus. Die Antworten nach Parteizugelorigkeit zu analysieren, ist auch nur eine Interpretationsform. Man könnte die Einstellungen zu Russland und den Sanktionen auch nach anderen Aspekten auswerten, zum Beispiel regional. Denn Befragte im Osten sprechen sich zum Beispiel auch wesentlich kritischer gegenüber Waffenlieferungen aus, als Befragte im Westen. Oder ist es vielleicht auch eine Generationenfrage? Denn in Deutschland und Frankreich zum Beispiel sind jüngere Leute eher bereit, Risiken in Kauf zu nehmen und Opfer, um der Ukraine beizustehen. Also in Form höherer Energiebreite zum Beispiel, wirtschaftliche Einschränkungen, einer neuen Flüchtlingskrise. In Polen oder Finnland zum Beispiel, also Ländern, die ihre eigenen historischen Erfahrungen mit Russland gemacht haben, sind es dagegen eher die Älteren, die dafür Einschränkungen in Kauf nehmen. Das ergab eine Umfrage Ende Januar in verschiedenen Ländern Europas. Aber das wäre alles für sich sicher noch mal ein eigenes Videothema. Also da muss ich sagen, dass ich das ziemlich gut fand, dass man da jetzt noch mal so einen längeren Einschub auch hatte, wo man halt eben das so ein bisschen eingeordnet hat und auch so verschiedene Aspekte genannt hat, das jetzt auch mal so statistisch hinterfragen und so. Das finde ich auch nicht schlecht. Vielleicht das Mr. Wissen Togo ja auch in Putin verstehe. Ist ja auch ein Russlanddeutscher. Ist er. Ich meine, noch zu erinnern, ja. Ganz wichtig ist, dieses Video hier bildet den Stand Mitte Juni 2022 ab. Die aktuellsten Daten findet ihr wie immer auf der Website des DTF Politbarometers oder der Forschungsgruppe Wahlen. Packen wir euch unten in die Infobox zusammen mit links zu unseren Quellen. Übrigens, der kürzeste Krieg der Geschichte dauerte nur 38 Minuten. Stattgefunden 1896 zwischen Großbritannien und Zanzibar. Und der längste Krieg. Einfach mal droppen, halt völlig, völlig irgendwas, aber egal. Ist der 100-jährige Krieg der längste? Ist der Krieg 335 Jahre zwischen den Niederlanden und den Chile-Inseln. Bei letzterem gab es übrigens keine Toten. Was? Das ist einfach nur, das sind glaube ich diese Formalitäten, wenn nicht offiziell halt die beiden Parteien den Krieg beendet haben. Also vielleicht einfach eine fehlende Unterzeichnung. Das gibt es ja ab und zu. Wird sich das Interesse der Deutschen am Krieg und an der Unterstützung der Ukraine mit der Zeit entwickeln? Je länger der Krieg dauert, wird das Interesse, wird die Bereitschaft zu Einschränkungen insgesamt sinken oder zunehmen? Putins Zustimmungswerte in Russland sind auf jeden Fall die ganze Krieg des Krieges gestiegen. Genau wie nach dem Einmarsch in Georgien 2008 oder der Annexion der Krims 2014. Natürlich muss man die genauen Werte mit besonderer Vorsicht interpretieren, aber dass sich dramatisch etwas an den Werten ändert, das ist bisher nicht abzusehen. Was denkt ihr denn, wie es weitergeht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und bitte bleibt sachlich und fair. Hier neben mir findet ihr noch ein sehr interessantes Video. Okay, also das Video fand ich halt echt im Rahmen, fand ich echt in Ordnung. Natürlich speziell mit dem letzten Part nochmal, dadurch wird das halt so ist natürlich auch der letzte Eindruck der von dem Video bleibt halt auch ein ausgeglichener, was echt, also jetzt mal abseits vom Inhalt einfach mega anstrengend. Also es ist ja wirklich in Ordnung, einmal in einem Video zu sagen, hey schreibt es in die Kommentare oder lasst ein Like da, aber das war jetzt halt zehnmal oder so. Also das wäre verrückt. So wünscht ihr euch das auch von euch, von uns. So, wir hatten diese beiden Videos ausgewählt, weil wir dachten, das schneidet ja nochmal schön auch unterschiedliche Punkte an. Was wir jetzt nicht wussten, ist natürlich auch, dass es ganz gut dargestellt hat, dass es ja da auch eine unterschiedliche Herangehensweise von verschiedenen Formaten gab, aber ich denke, die Grundkritik, die sich von uns da durchgezogen hat, war bei beiden Videos eigentlich die gleiche und ich würde sagen, die hat sich auch bei beiden eigentlich bewahrheitet, auch wenn es jetzt mit dem Video von MrWissen2go für ZDF heute da auch kleinere Parts gab, wo man sagen konnte, okay, da wurde tatsächlich versucht, ein ausgeglichenes Bild darzustellen, was natürlich auch einfach von ihm und seinem Anspruch da an dieses Medium, was er da macht, eben bestimmt ist. Bestimmt ist, ja. Ja, ich denke, es kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, was für ein Format man sich da, was man sich da anguckt. Wir haben das ja auch so ein bisschen jetzt zufällig ausgewählt und ein bisschen geschaut. Vielleicht sind wir auch teilweise mit unserer Kritik übers Ziel hinausgeschossen, aber ich glaube, im größten Teil sind wir da schon dran gewesen an dem Kern des Gegenstandes, wie man so schön sagt, weil... Falls wir es nicht waren, schreibt es uns gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich meine, natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Nachrichtenberichte anguckt, dann ist das alles nochmal ein bisschen drastischer, würde ich sagen. Also in den ganz normalen, irgendwie, was ich jetzt immer auf Welt da irgendwie in die Timeline gespült bekomme und solche Geschichten, das ist wirklich einfach nur noch reine Kriegspropaganda. In solchen Formaten ist es halt natürlich etwas ausgewogener und trotzdem kann man halt diese Tendenz, die halt eigentlich in allen Formaten aufgemacht wird, einfach sehen und über die konkreten Hintergründe dieses Krieges, darüber wird schon lange nicht mehr gesprochen und das wollen wir halt auch so ein bisschen zeigen, dass es weggekommen ist von zu verstehen, was da passiert, weggekommen ist von wohin kann die Reise gehen, wie können wir halt zu einem Frieden finden, wie können wir diesen Konflikt eigentlich lösen und einfach nur noch, wer ist schuld, wie kann man da weiter drauf einschlagen, wie kann man weiter gucken, was der böse Russe jetzt noch macht, um dann noch mehr Legitimation zu haben, um noch mehr den Krieg voranzutreiben und das ist eben was, was wir absolut scheußlich finden und wo wir auch als Linke uns einfach sehen müssen, gut, wir sind halt auch ständig dieser Propaganda ausgesetzt und wie stark wir davon beeinflusst sind, das ist wirklich krass und da bin ich halt wirklich so, dass ich sage, lieber, dass ich dann mal auch so dastehe als irgendwie der verrückte Idealist oder der Putin-Versteher oder was auch immer, als dass ich mich dann damit gemein mache mit dem, was wir halt da ständig ausgeliefert sind. Ja und ich finde es auch immer wichtig, da einfach dann bei solchen Fragen von medialer Darstellung auch einfach den 3D-Test zu machen, halt zu gucken, handelt es sich da um eine Dämonisierung, um Delegitimierung, um doppelte Standards und ich finde, wenn wir uns angucken, wie hier die russische Außenpolitik dargestellt wird, ist das eine klare Dämonisierung und wenn es darum geht, um das System Putin, ist das auch eine Delegitimierung und wenn es um die Rolle des Westens geht, sind das sicherlich auch doppelte Standards und da sehe ich doch ganz klar ein ziemliches Problem in der Staatskritik des Ganzen. Ja, da musst du nochmal so ein kurzes Replik auf seine anti-deutsche Zeit fahren. Ja. Ich denke mal, wir sollten vielleicht auch nochmal in der Zukunft eine Folge allgemein zu Medien machen. Ja. Also das wäre auch vielleicht etwas gewesen, was man vielleicht zuerst machen können, weil dann viele Positionen von uns, die jetzt teilweise vielleicht reißerisch auf euch wirken oder die erstmal so ungewohnt sind, dann nochmal klarer wir belegen könnten oder klarer darüber sprechen könnten. Aber das werden wir auf jeden Fall mal nachholen und uns dann auch nochmal gesondert die auch speziell natürlich deutschen Medien angucken, weil das sind nun mal die Medien, mit denen wir vor allen Dingen konfrontiert sind und die wir auch beurteilen müssen und die wir auch kritisieren müssen. Ja, und zum Schluss, finde ich, bleibt da eigentlich nur zu sagen, für all die, die jetzt neu dazugestoßen sind, schaut euch auch unsere anderen Folgen an, vor allem eben die zum NATO-Imperialismus und zum russischen Imperialismus. Die geben da sicherlich dann auch nochmal ein vollständigeres Bild ab für all die, die jetzt vielleicht gedacht haben, oh nein, da sitzen jetzt zwei Putin-Versteher, die da irgendwelche steilen Thesen in den Raum werfen. Zum anderen noch natürlich bezüglich den Reaction-Videos, es gab ja auch in den Streams Leute, die schon Angst hatten, die machen jetzt nur noch Reaction-Videos. Das war jetzt einfach eben nochmal, dass wir einfach Bock drauf hatten und das jetzt nochmal in einer besseren Qualität machen wollten. Und es wird nicht so sein, dass alle Podcast-Folgen ab jetzt nur noch Reaction-Videos sind und wir uns da drin verlieren. Da hatte ich euch ja auch schon was zu gesagt. Und als letztes vielleicht noch bei dem, was du gerade gesagt hast, zu dem, wie stark uns das auch selber betrifft und wie man auch für sich selber dann mal wählen sollte, auch einfach in dieser Haltung eben gegen diese ganze Kriegspropaganda zu sein. Denn was wir nicht vergessen dürfen bei dieser ganzen Schuldfrage, was das auch bedeutet, es ist nicht einfach nur eine Frage von eben, ja einfach nur einer Position aus einem luftleeren Raum da drauf zu beziehen, sondern das, weswegen wir auch immer eine kritische Haltung dazu einnehmen müssen, ist, dass wir sonst bei diesen Schuldfragen und bei einem Nicht-Hinterfragen von diesen Gesetzmäßigkeiten, die dahinter stehen, immer uns da drin verlieren können, eben für diese Kriegszwecke der jeweiligen Staaten eingespannt zu werden. Und was das für die Linke, für die sozialistische Bewegung bedeutet, da kann man ja auch einfach nur mal in den Ersten Weltkrieg gucken, wie viele gute Genossinnen dort verheizt wurden, viele Brüder, Schwestern und Geschwister dort ihr Leben lassen mussten, weil sie sich eben für diese Frage nach Schuld, für die Frage nach Ehre und für die Rettung der jeweiligen Prinzipien des Nationalstaates, für die er dort so ruhmreich eingestanden hat, gestorben sind. Und deswegen lasst euch nicht von sowas einlullen, behaltet da einen kritischen Blick darauf und wir sehen uns im Stream und hören uns dann am nächsten Sonntag. Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf.